Verben im Konjunktiv 2 Vergangenheit Kommen, er wäre gekommen Sehen, er hätte gesehen Geben, er hätte gegeben Holen, er hätte geholt Sagen, er hätte gesagt Nehmen, er hätte genommen Kommen, er hätte getan Kommen, er wäre gekommen Sehen, er hätte gesehen Geben, er hätte gegeben Holen, sie hätte geholt Sagen, er hätte gesagt Nehmen, sie hätte genommen Tun, er hätte getan Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es Bis dann, ciao 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 Bis dann, ciao